Mit der TipToy Buchreihe Leselauschabenteuer macht das Lesenlernen einen Riesenspaß. Maya und Ben schauen sich ängstlich an. Maya und Ben sind in einem magischen Haus. In jedem Buch der Reihe gelangen die beiden durch eine andere geheimnisvolle Tür an aufregende Orte. Oh, ein Zauberwald. Spannende Hörspiele setzen die Geschichte fort und TipToy animiert immer wieder zum Selbstlesen. Fang einfach an zu lesen. Du schaffst das. Aufgeregt gehen Maya und Ben ins Haus. Durch überraschende Geräusche tauchen die Kinder in die Geschichten ein. Und lustige Spiele sorgen für viel Abwechslung. TipToy Leselauschabenteuer für Kinder zwischen sieben und neun Jahren. Ob alleine oder für bis zu drei Leseratten. Jede Geschichte bleibt spannend bis zum Schluss.